Möchtest du Künstlerin, Lego-Expertin oder Fussballstar sein? Hallo, ich bin Delia. Ich bin im dritten Lehrjahr. Ich mache eine Ausbildung als Fachfrau betreue Kinder in der Tagesbetreuung. In diesem Job tust du manchmal ein Zwiebel vorbereiten, Kinder mit der Hausaufgabe unterstützen, machst kreative Aktivitäten und noch vieles mehr. Meine Lehre geht drei Jahre. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Erwachsenenausbildung zu machen. Und was mir besonders gut gefällt, ist der Abwechslungsreich Alltag und die Zusammenarbeit mit den Kindern. Für diesen Job brauchst du Geduld, Belastbarkeit und ein höches Verantwortungsbewusstsein. Ausserdem schaffst du gerne mit Kindern. Hast du Lust auf eine coole Ausbildung? Dann bewirte dich jetzt. Oder entdeck 22 weitere spannende Berufe auf unserer Webseite. Das wird wieder ein Zwiebel betreut. Ich habe die Zwiebel betreut, die ich nicht gut gut denke, weil sie zum Beispiel für die Nachkarno geht. Und dann bin ich wieder ein Zwiebel betreut. Ich bin ein Zwiebel betreut.